Ich fühl mich schon, also ich bin, habe schon voll viel abgenommen. Mein Körper ist schon ansehbar, denn als ich angefangen habe, war hier Schwabbel, da Schwabbel, aber jetzt bin ich sexy. Ich bin super schlank, das sieht man ja auch wohl. Also angegrät fühl sich jetzt im Moment total sexy, aber ich sag immer so, hm, naja. Dann kommt sexy Anne, mit ihrem sexy Körper, geil. Und jetzt bin ich auch schon sexy, sexy.